dunkle grüße und willkommen hier bei weia billions die zigste runde ja bild ist ja nicht da sehr schön das bauch immer ein bisschen weichen dass das spiel erfasst wird von obs ja wir sind zurück liebe leute was ihr vielleicht wäre das super scharfe gibt auge hat und nicht muss nämlich anstatt auf der kamera das bild betrachtet merkt es vielleicht relativ zügig es sieht ein bisschen anders aus ein bisschen heißt so viel wie ich habe hier paar forschungspunkte übrig und ich habe eine andere zahl oder andere zahlen ein bisschen mehr hat den einfachen grund ich habe tatsächlich mir gedacht weißt du was ich könnte mein skill baum vielleicht ein bisschen überarbeiten ein paar dinge anders machen vielleicht eventuell dies und jenes und habe dann tatsächlich die letzte woche intensiv genutzt um die kampagne noch nachzustellen soweit wie ich hier war also ich habe jetzt alle mission gemacht wir auch gemacht haben habe aber ein komplett anderes komplett aber ich habe einen anderen tagtree genommen letztendlich mit anderen entscheidungen und anderen künftigen aufbauten weil ich aber vom spiel inzwischen viel mehr weiß auch durch das survival auch dort was ich jetzt kampagne verbraucht und so weiter habe auch gedacht ja gut guck mal irgendwie sind die scharfschützen vielleicht gar nicht so geil denn ich habe gemerkt beim genaueren inspizieren des skill baums es gibt eine menge boni attributs boni und so weiter für soldaten wie hier wo haben wir es zum beispiel der soldat rüstung soldat angesagt weiter und so weiter geht insgesamt mehr und besser boni für die soldaten als die scharfschützen da gibt es nur zwei dafür die nicht so geil wirken habe dann auch noch mal nebenbei das internet ein bisschen konsultiert und mit paar vorschlägen von profis mich so ein bisschen arrangiert und überlegt was sie so machen und mich auch da ein bisschen angepasst und gedacht ja das wird schon passend auch snipers sind überhaupt nicht sinnvoll in der kampagne muss man gar nicht haben und dann lieber diese ganzen stromgewehrleute holen wobei natürlich die strategien jetzt nicht auf maximaler schwierigkeit liegen ich bin ja auch normal also pille palle im prinzip überlege schon fast auf herausforderung zu gehen werde ich vielleicht auch demnächst tun heute noch nicht denn heute spielen wir noch mal hier dieses dieser karte heute spielen da steht anzahl der niederlagen 1 das hat den einfachen grund ich habe die müssen angefangen gemerkt oh die hatte ich gar nicht gemacht in meinem richtigen spiel also wie abgebrochen und durchs abbrechen verlassener karte direkt am anfang zählt eben als niederlage deswegen steht jetzt die 1 da ist passiert aber nicht wahr ich habe sie nicht wirklich gespielt ansonsten als gehabt ich habe bei allen held missionen alles gefunden alles gesammelt was es zusammen gab es gab ja im original spiel stand zwei drei sachen bei dem imperiumspunkt die ich nicht bekommen habe die habe ich inzwischen auch gefunden und ja ich würde sagen dann spielen wir jetzt aber mal die gefrorene see alles vernichten 1500 sperme und vernichten alle dörfer kaltes wetter langsames gelände aber schön fischerei fischerei ist toll apropos aber jetzt auch glaube ich fischerei bonus bei nahrung und ich bin jagdhütten wurde mir so empfohlen und guide und wie die bisherige mission ich hatte die bestätigen dass es tatsächlich so eher sinnvoll ist auch weil danach der technologie zweig mehr energie für meine windmühlen ist was auch sehr praktisch ist ich glaube 30 prozent da steigert dann von 30 39 energie pro vent wird ist die ganze menge ist schon geil und darum mache ich das jetzt so und das läuft dann auch so außerdem war es eigentlich fast naheliegend aber ich habe es ja nie so gemacht und wahrgenommen aber jetzt dann doch umgesetzt man hat ja im normalen spiel nicht diesen zug ist ja bekannt im survival hast du keinen zug der die sachen bringt und ich habe ja gesagt diese zugboni die da dazu kommt an und bringt irgendwas für total dumm ist quatsch brauche ich nicht geht ja im survival auch ohne aber nach ein bisschen umdenken das ist ein bonus der den der survival modus nicht hat warum nutzen wir die nicht einfach um das spiel bisschen leichter zu machen vor allem den start ins spiel leichter und schneller zu gestalten denn das passiert dadurch unglaublich ich habe jetzt die ersten glaube ich drei transport skills gespielt wenn jetzt dazu kommt bekomme ich jedes mal 200 gold ein bisschen was darf ein bisschen was davon heißt ich bin am anfang richtig schnell dabei heute zu bauen ich bin am anfang schnell dabei auch schon eine kaserne zu bauen meine einheiten auszubilden das ist sehr viel angenehmer als vorher tatsächlich hätte ich so nicht erwartet ich habe es ja für recht nutzlos gehalten aber ist ziemlich cool plus ihr seht ich habe mir auch gar keinen turm gebaut ich kann es ja wunderbar ohne turm aus nur mit eben diesen sachen aber auch gerade erst die betonwende erforscht sich das hieß irgendwas aber da kann man zug okay eine radarstation okay die ist verlassen die kann ich dann übernehmen das kennen wir ja schon aus dem also ich kenne es aus der weibel ich glaube das haben wir hier im spiel noch nicht gehabt eine kampagne dass wir verlassene gebäude übernehmen können geht aber so nicht geht aber definitiv jetzt würde ich gerne noch mal kein geld weiter was wir brauchen einige fischer gründe also bezüglich zwischen ganz schlau sein ich sie auch gerade so gleich gut bis eben karte scheint ziemlich groß zu sein und ich muss mich freut nach unten vorarbeiten oha mal eine große karte zur abwechslung dem letzten jahr doch ziemlich eng war ach seht ihr da haben es gerade gesehen holz gibt es ja auch noch ich habe schon also vier sachen reingemacht zack bumm ich kann gleich wieder weiter bauen richtig gut ganze mehr oft fühlt sich das ist das ist richtig mega gut also da kann man nicht klagen das ist eine supergeile sache einfach extrem guter startbonus kann man echt nicht meckern und sollte man also von meiner jetzigen sicht heraus sollte man das nicht missen oder so sollte immer dabei sein irgendwie es war ein toller bonus und läuft so ich warte hier bis nächstes mal geld kommt da brauche ich eine segelmühle wie schnell ich hier so viele holzungen bereit haben nur am anfang direkt und zack zack es geht hier ruckzuck nach oben das ist so richtig geil aufgrund des zugs der bringt einfach massiv dazu und da wird das spiel ein bisschen öl dazu bringen und noch ein bisschen gold und dann noch eine wespe pro dingens ich glaube das nehme ich auch noch mit rein auch wenn ich die westen per se gar nicht so geil finde aber läuft trotzdem ganz gut denke wenn sie gratis sind das ist eine völlig in ordnung zumal je nach tage mal hier 30 gespielt sind das 30 westen umsonst und entsprechend 30 mal alles an ressourcen ist schon nicht wenig sollte man durchaus bedenken das macht schon unterschied das war schon werde 1 reich bauen ein häusli lohnt es überhaupt hier was lang zu bauen die er in diese richtung das ist ja quatsch ja ja oder ob er war gar nicht weiter passt ja auch so zack 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 nein nach oben bitte ich da lang laufen bis man mein lager rumlaufen sieht aber schon sehr gut isoliert für mich aus ja mensch da bin ich ja relativ sicher von allen seiten das sieht soweit gut aus alles auch wieder da wunderbar ja läuft also alles hier muss ich mal gucken wo ich am markt hin baue das ist die ideale position aber da ist die ziemlich schmal ist ich schätze mal hier ist ein bisschen mehr platz bei der markt umfasst ja mehr reichweite dass das hier ausbauen könnte aber ich glaube ich brauche bloß 1500 leute bei der letzten map ich glaube dass wir jetzt die woche hier online gespielt hat im stream auf jeden fall bis jetzt offline zuletzt gespielt um hier anzukommen das ist eine super kleine karte wo kein zombies kam außer bis am ganzen ende da war mini karte total eng alles und da war ja auch meine herausforderung was war ich glaube 1600 polonisten hinzukriegen dagegen scheint das hier ja easy zu sein mit 1005 das ist einfach sehr viel größe kann weil ich hatte glaube ich kaum mehr als diese beiden screen hälften hier habe ich ja das vierfache hier mache ich mir keine sorgen wenn der markt hat sie nicht perfekt pulsiert werden kann strategisch und so weiter das wird schon trotzdem funktionieren da bin ich doch recht und nein vielleicht daran laufen da bin ich recht optimistisch gerade doch doch das wird schon funktionieren so aber vielleicht trotzdem mal in richtung nach recht und hier haben die die einpunkte in 40 die damit in hier in bonn kann oder 31 natürlich super was wird ja fast mit dem zusammen läuft ich sage euch fischer an bonus super gut läuft ist es echt die beste wahl gegenüber mehr nahrung durch die holz jagd hütten definitiv also zumindest der kampagne bisher kann ich es nur so bestätigen ja weiter rechts zum baum was wollte ich gerade machen genau ich wollte deswegen nicht aber was habe ich gar nicht als bei mir hier weiter war ich war an rand des geländes dran läuft schon mal steine ja mensch sagt viele zombies das heißt kaserne bauen oder und nur noch ein bisschen gold schicht mal ein da unten hin da bist du hast da als wache dann habe ich ja gleich meine kaserne kann meine ersten leute ausbilden ist ja wunderbärchen dann nimmt das hier alles sein lauf ich glaube dass wir spare ich mir auf für eine lagerhalle weil die passt da gar nicht hin die hat ja vier mal vier müsste hier hin passen gerade so habe euch da die lagerhalle verstecke dies dass dies und vor allem diese hier mit denen sowieso schon krassen bonus was weiter mit dem hier dann nicht weiter dramatisch hier hinzustellen und ja kein was weg bisschen scheiß um diesen einen platz der wissen verschwendet ist jetzt an der stelle aber das ist dann so wie gesagt habe ich keine großen gedanken und die exakte positionierung das ist in anderen karten schlimmer gewesen ich hatte es wird hier schon ganz gut funktionieren denke ich trotzdem ist nach hier bauen wegen stein wäre sondern mit stein produktion letztendlich haben das passiert meine steine durch zug und einsammeln das ist ja dann auch nicht genug ist klar ja läuft soweit es macht einen guten eindruck die karte bin sehr zufrieden dranbleiben und so es warst du leh so warten wir da ein hin ist auch gleich ordentlich weil hier ist auch gut was zu holen an holz als auch an jagd hütten das ist hier paradies gerade aber das vielleicht auch der einzige grüne flecke sollte gucken ob ich hier noch erfahrenden bau später und dann ich mag er hier hin ich meine per sie wieder keine sorgen wegen koloniegröße und wegen nahrungsversorgung generell überhaupt aber dennoch wäre es relativ sinnvoll schon mal ein bisschen strategisch hier die anfangs faser zu bebauen kann ich nicht schaden so was bist du vorausdenken weil ich kenne das vorausdenken schwierig aber ich sehe die grünen stelle und ich weiß ich bin im eisland da wird wohl nicht viel weiteres kommen das ist einfach naheliegend fast die die lager durch eine lager habe ich bei der lage also danach das andere ja das kommt schon hin und erstmal kommt vor noch der hier 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 und jürgen wenn sie mal hier da super doppel 4 ich glaube mir nicht raus sechs die überschneiden sich drei das werden neun die rauskriege aus dieser kombination diesen zeit acht die frage ist aber auch ob ich hier wenn ich hier drei habe überhaupt einen bonus bekomme durch das lagerhaus ist mir nicht aufgefallen ich wollte ein lagerhaus sind bei minen die drei oder vier gaben es gab hier keinen bonus dazu weil es offenbar bei 20 prozent was da gibt das lager 20 prozent 20 prozent von drei ist halt nichts wenn ich aber hier sechs habe ist klar die sechs bekommt dann irgendwie vielleicht zwei dazu wenn das spiel gnädig ist bei vier nehme ich an ich bekomme einen dazu das heißt hier die fünf und hier die offen das wären zehn mit sechs und drei wäre ich vielleicht auch auf zehn weil sechs ein bonus zwei dazu ist halt schwierig zu sagen wenn ich zwei bekomme hätte ich da auch letztendlich elf ein mehr ich denke ich mache die 44 und das ist dann sicherer seite denn ich ach die eine stein mehr oder weniger das sollte bei euch das problem sein gehe ich mal stark aus zumal ich jetzt noch gar nicht rankommen aktuell also passt mit der vier schon also hier die vier nach vier dann da habe ich gesagt genau passt auch ok weitermachen weitermachen häuser bauen häuser bauen und danach fahren müssen an ihr unsere ersten einheiten auszubilden sagt um aus sehr schön schon ein riesen weil ich bin gerade bei takt 2 es kommt der nächste schub von materialien und anderen dran das ist richtig richtig schön dieser anfangs schub einfach man ist so viel schneller bereit dinge zu tun im spiel war ja was ist da los ist aber nicht in ordnung ist meine leute jungs aussieht aber nicht weglaufen ja wie so zwei dingen hier kommt der leicht verstecken alles gut sagt 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 ich könnte überlegen jetzt demnächst mal wieder mal wieder ist gut ich schon mal auf ein bisschen energie produktion zu gehen das ist auch nicht verkehrt denke ich das kommt ja auch früher später an die engpaste der energie produktion das vorprogrammiert einfach hier schönes fleckchen suchen dafür schön neutral oder hat sich sind kommt das passt wie das tatsächlich total reinigen die radarstation sehe ich gerade da ist nichts was da weiter gehen würde komm mal herrscher das gruppe aus der nähe an ich kann sie noch nicht benutzen muss ich erst reparieren dafür fehlt mir acht energie bloß dachte noch im die eisen oder so was aber nicht bloß gold energie gut kann ich sehr direkt in meine kolonie integrieren das ganze muss ich jetzt unbedingt schaden habe ich kann es jetzt auf einer der stelle ich muss mal eben ganz kurz gucken geht die alles sauber ist aber ich denke mal schon eine neue nummer eins und meine erste nummer einziges jahr die drei leute die macht das da schon naja das läuft so dann langsamer richtung lagerhalle denken aber noch ganz wenige steine mehr ich brauche dafür seid doch noch nicht allzu bald anderseits kommt da gleich verstärkung im sinne von nachschubration 40 lagerhalle so einfach kann das gehen da sagt auch die steinmine mit drin sehr geil das passt ja läuft das ist ein guter start dafür würde ich sagen ich brauche noch nicht können wir noch gar nicht aber gar kein eisen also wir haben zwei eisen aber noch keine produktion also muss ich auch nicht anfangen zu bauen zumal ja auch nahrung weg den müssen wir ja das ist mein nammer so eine sache das muss ich nicht unbedingt haben dann anfangs lieber noch ein paar von den artsern herstellen ach das sieht auch noch mal gut und nun mal hier an die wir jetzt nämlich da auch hingehen ich kenne die doch die leute das freut mich das sieht echt soweit gut aus für die frage das jetzt dieser see da in der karte eine bleibe ich doch nicht so viel wie ich dachte zum ausbreiten an platz das mag durchaus ein faktor sein aktuell natürlich schwierig zu beurteilen durch einmal da das sollte auch reichen da werde ich da am besten die schreinereien klöppeln vielleicht auf dem weg dann nochmal es ist hammer die holz produktion ich kriege das ist so schön 20 hat man nicht alle tage einfach nur mal 20 obendrauf damit auch macht und hier auch noch mal also die beiden das ist ein super spot für holzfarming diese karte das ist da los das holz bräuchte im ganzen leben nicht in diesem spiel schätze ich so weiter machen dennoch auch ein bisschen nahrung denken ich muss doch wieder mal was davon bauen es gibt es ja nicht wirklich weiter die haltet mal die position nicht mit sie schon mal auch spaß eine freude dass sie dazu zack okay es ist ein gigantischer see das dazu aber doch ein bisschen kritisch stand und da sind alle die häuser oha nicht zu dicht in lauf ich habe noch keine kapazität das weg zu räubern dann muss jedoch meine stadt eher hier schon wird knapper mit den 1000 leuten die hier machen muss große karte ja aber auch mal riesiger kreis von der see in der mitte ich muss mir also drum herum bauen und ich muss mich auf den schweren wir setzen die attack 17 karte wurde gerade zwar in gewisser weise interessanter aber auch definitiv anspruchsvoller würde ich mal behaupten macht nichts wenn ich ja mehr kommen irgendwann ich habe jetzt doch mir türme geholt und zwar nicht die vollstrecke die nämlich gar nicht genommen tatsächlich oder habe ich jetzt nicht vorzunehmen weil aufgrund der empfehlung die schocktower empfohlen worden für kampagne weil die haben zwei verbesserungen im spiel für reichweite jeweils und sichtweite das soll wohl ziemlich gut sein und die schocktower selbst machen ja auch alles kaputt bisher in den sachen muss eingesetzt habe und kann ich ehrlich bestätigen habe ich halt muss die genutzt weil da vollstecker und fertig aus das hat gereicht für alle meine ansprüche da gibt es offenbar offenbar ein paar mehr ansprüche in der kampagne hat das bei den land oder so jedenfalls habe ich eben die ich habe auch ein basilisten die kleine steinsteine also den die vorliegte kommen vom vom vollstecker quasi mir geholt rückblickend ist nicht gemacht aber ich kann es nicht mal rückgängig machen und dann vielleicht doch hier die verstecker mir holen so einen forschungspunkten halt aber naja was soll es nicht so dramatisch jedenfalls haben die auch ein bisschen was an extra feuerkraft dazu die auch gute reichweite haben die stückweit auch dann pro turm ein bisschen mehr als ein sniper ersetzen würde ich bald behaupten aber nicht direkt naja egal was ist es halt ich bin halt ein bisschen anders aufgestellt einfach in dem spiel als die was ihr kennt das ist ganz gut so ein goldmatter bisschen nahrung jetzt gar nicht mehr gemacht aber strom ist auch nicht verkehrt auch ich genauso nach verdammt ist der weg dafür naja nicht so schlimm da haben wir die kleine zombie wollte vor zwei müssen ausreichend danke auch übrigens fürs bescheid und verloren das passiert natürlich trotzdem wobei schaffe ich komme nicht ran keine chance das wird nichts ich versuchte noch mal aufzuhalten kein wort gesagt ich hab's überhaupt nicht um den blick gehabt das ganze hier naja es kommt es alle kannst du jetzt natürlich knicken höchstwahrscheinlich also ich hab mir keine chance noch aus zu wollen aber ich hab nichts gesagt vom spiel schon wieder man also ich brauche zwei jäger und offensichtlich gereicht so von vorne das ganze toll also leichterer start heißt nicht dass ich unbesiegbar bin das verwechse ich damit ganz oft das war so ein typischer fehler der hat immer passiert mir immer wieder mal passiert einer seite nicht ganz aufgepasst und zack einen gegner und fertig aus nervig aber war super nervig ich versuche mal genau so zu bauen wie eben gerade und das war für meinen geschmack sehr richtig ihr da stirbt sowas ist aber echt super mega mega super mega ärgerlich ganz im ernsten wir sind jetzt ungefähr 20 minuten aber sind 20 spielminuten und wegen sowas kann ich auch survival quatsch im hardcore in diablo 2 überhaupt nicht ausstehen du spielst der ewigkeit nur rum und dann stirbt mit charakter auch wenn es nur wegen battle net fehler ist irgendwas verbindungsfehler irgendwie wedern zuhause kaputt irgendwas so tut du eigentlich gar nichts kannst charakter ist trotzdem tot und dann ist es doch extreme lebenszeitverschwendung ich meine nicht dass zocken generell jetzt vielleicht so super viel lebensinnahe geben würde wenn man da mal ehrlich ist aber ist einfach nicht geil naja aber egal das spiel lebt ein stück davon dass man scheitert und dann versucht und wieder doch was irgendwie reißt kriegen schon irgendwie hin trotzdem jetzt natürlich sehr bedauerlich das hätte nicht sein müssen das war ein absolut unnötiger tod 40 bitte geht das schwer nicht vorhin auch hier geht es aber wie doch zukünftig möglich doch jetzt geht es komisch dann ging nicht aber jetzt geht es eine nahrung fehlt naja gut macht es kaputt bitte liebe leute dann muss ich die gegner in der wunden patrouillieren lassen wenn ich eben auch machen können habe ich jetzt total verschwitzt gehabt leider sie muss hingestellt stupide natürlich dumm und wurde gleich bestraft völlig zurecht übrigens naja auch geld für eine holzfäller hütte das ist halt sein und 300 dann reicht es ja so den nächsten geld schon gibt es das geld dafür und dann passt das bei dem jetzt habe ich gar keine aktuelle wort neben gerade nachher es ist nicht so zu mir das ganze hütten dix brauchen würde die gebe ich in der nahm und auch dass die holz hütte erwartet man es die guckst erzähle ich ja das gleiche was sie brauchen immer die 1 gold auch gleich da macht das nicht bilding kompletten ich hoffe ich habe jetzt was da wo die sind ok ich habe hier alles frei das haben wir von oben durch jetzt wegen leuten zu den stein wobei einiges auch quatschen das reicht mir ja dann noch eine hütte bauen da ja ja das macht nichts das geld habe ich ja dazu kommt ressourcen sind eigentlich nicht so mein problem nachlässigkeit ist der fehler den ich oftmals begehe typischer klassischer sephiroth fehler das haben wir böse wichte so an uns überheblichkeit und unterschätzen des feindes das gehört mit dazu wissen wir doch alle aber jetzt mache ich eine hirn sicherheitshalber ach man dahin so mal schön weiter bauen für den stetigen schnellen anfangsgeldfluss siehst die steine schafft direkt hinlaufen könnt ihr euch mehr sofort bauen von den stein her jedenfalls das geld auch wunderbar was gewesen hier ja genau da war mich die an das allen dingen gewesen hast schon ja passt auch dahin so davor ist aber ein höher gebaut nicht so schlimm da ist auch in ordnung da kommt doch schon einer siehst du sowas aber auch du musst jetzt patrouillieren das gefühl ich habe mit mehr widerstand zu sehen als eben gerade was ist da los hier ist viel mehr los was ist da was ist das was aber es war viel gewesen vorhin kann sich auch sein weiß ich nicht mehr so genau das ewig herr ist ja ich kann nicht alles merken kann ich nicht misst kein problem kriegen wir alles hin das von nummer 12 gewesen echt war nicht auch schon 13 wie hier mir war so egal sind ja alles was langsame zombies hier sind alles kein problem ein bisschen abstand fertig aus weil ich sonst werde ich zu holzen schicken locken das natürlich ein bisschen doof von mir nicht mehr holz und angreifen schnell greift ihn an schweiger das war knapp building complete ich habe dinge nicht gemacht die machen wollte sollte hätte tun müssen das wird doch nicht unbedingt sein dass wir vielleicht schon die herr block lagern aber noch ein bisschen steine ist klar ich habe jetzt mal hier hat man die gesehen gebaut gehabt wird da ist wahrscheinlich auch so weit war wohl hier gewesen dann da kann ich nichts hinbauen weil dann die schienen wichsen glaube ich bin nicht ganz sicher ich habe doch etwas anders geworden oder verdammt siehst du schon stört mich das weil eben muss es war anders gewesen und das hat mir besser gefallen naja ist nicht schlimm dass wir hier sowieso zu ende ich bin mir gleich da und da ich bin nicht ganz sicher so strom und auch gerade hinterher dann mache ich das hier danach ich habe auch hier natürlich ein ist auch klar da muss man erst einheiten ran war wo wir sind ja drin in der ganzen sache jetzt das ist aber schon lange nachher gut das ist vielleicht ein fataler fehler in kreis die da nicht lang gelaufen ist ich hatte die reichwärter reicht aus aber nein vor allem war hier bereich so nicht lang gekündigt zombies war das ist ja gesperrt wegen den ganzen erdspalten da naja so gedacht da habe ich glaube ich doch hätte ich im mond können naja soll sich sowas probleme sein ich habe hier noch energie für irgendwas zombies überall natürlich das ist ja ungünstig kann die da raus ach du scheiße das ist ärgerlich das war eben kein problem gewesen ich kann es auch noch nicht drehen das gebäude ich kann das gebäude eigentlich drehen wenn ich sie baue oder nicht so geht das nicht mit früher die ansicht mir war sollte man die drehen konnte absichtlich und die ansicht nicht merkwürdig brauchst du halt hierhin jetzt was soll's ich hoffe das geht dann da wenigstens irgendwas auch da gewesen und nicht ich habe es halt einen weiter weg gebaut eben gerade das war schon doof extrem dämlich stein mit vier dahin position halten alle bösen die optionale mann oder stadt eben gerade besser gewesen hätte ich bloß diesen fehler nicht gemacht verdammt das ist richtig frustriert im nachhinein naja jetzt sagen die radarschätzung holt ich jetzt nicht sofort das ist völlig optional die würde ich haben ganz dringend ganz früh ich hoffe es kommt die einheit aber auch an hier wenn ich sie baue das wäre echt blöde ne ne der kommt später erstmal der lagerhalle ja ich hoffe es ist der fall von da oben aus ich glaube von unten aus oder es kann ja auch da hinschicken weil wir gar keinen kommen auf jeden fall von daraus ist klar hier ist dieses tor aber es ist blockiert könnte da nicht rauskommen theoretisch deswegen hoffe ich funktioniert es eben gerade auch wenn ich jetzt echt schön doof das war ja auch eben schon schön doof du weißt was schön aber dick zu tun hat 0, gar nichts verdammt habe ich kein reich weiten dingens passt sowieso nicht hin oder ärgerlich nicht so schlimm spinnt wohl hier zack zack jetzt aber bitte ordentlich ja gut laufen zwar da lang aber es geht sie kommen raus das ist ja das einzig richtige für mich wo lang ist mir doch wurscht ich muss aufs lagerhaus warten länger als eben gerade echt super mega ärgerlich aber ich werde mich mal nicht aufhalten lassen ein bisschen weiter bauen hier oben äh das ach nahrung fehlt ja gut ist ein valider punkt nehme ich an arbeite ich dran besser ich aus so da ist holzweller bereich kein essenbereich das kannst du wissen dabei sind wenn ich könnte würde ich jetzt aber ich kann ich mir noch eine energieversorgungsmühle holen das dauert noch ein bisschen ich werde mit diesen hier plus den dreien glaube ich anfangen die karten auf zu clean auf sie auch nicht lange red ich denn also diese komischen agnizismen ich werde da nicht mehr der lage darüber es ist unglaublich nebenbei aber das ja auch nicht verkehrt das zu machen oder so weitermachen da sie besser frei für wie gesagt die farmen die dann eventuell dahin kommen das ist ja praktisch ok haut rein so lager das ist jetzt soweit so mal sehen ob ich drin siehst du fein 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 das lager das ist mein ich muss echt aufpassen das macht da keine viecher kommen da war eben nicht tag 17 gewesen wenn man das auch bitte zu schwärmen jetzt ist der tag 16 das hier hat ein ding das war so random fest ist mir vorher schon aufgefallen bei einigen missionen wie ich neu gestattet habe speziell jetzt als ich das ganze nachgestellt habe nicht im let's play selbst dass da bei einer mission 17 18 stand und dann beim nächsten mal eine leicht andere zahlen einen tag daneben das heißt dieser endtag aber der erste schwarm tag scheint immer so ein bisschen zu variieren auch auf der reichen schwecherschufe und so weiter das ist interessant das ist durchaus interessant kann ich da kann ich nicht äh nicht segelmühle ich kann da gar keinen bauen okay dann ist auch völlig wurscht was da hinkommt dann wird's ach ne ne dann wird's eben die mühle das besseres kann da nicht hingemacht werden fällt mir ein ach so die energie gebäude brauchen mehr energie nicht ich die dinge geben weniger war schon mal so gewesen ich dachte herr das gleiche vorher aber nein die gebäude brauchen bloß mehr ja wobei gut die hütten nicht die zelt verzeihung noch einer die haben ihre einen punkt da ist das prozentuale mit blablabla auch nichts weiter relevantes das heißt theoretisch sollte ich auch maximal auf der zweiten stufe bleiben nämlich bei den hütten weil steinhäuser ja auch ordentlich energie fressen vor allem jetzt bevor durch die den erhöhten malus wäre es vielleicht nicht so schlau darauf zu zählen dieser karte ah Mist wäre gut gewesen wo bin ich eben gerade die schreinereien gebaut gehabt sagt mir das einer war das hier ne kann ja gar nicht war die nicht hier ne kann ja offenbar nicht aber oder es war deswegen test vielleicht doch lieber eine schreinereiche da als die mühle so geht's ok dann war das der fehler gerade schade naja der kleinen baufehler was soll's kriegen wir alles ausgebügelt ich bin auch hier super dabei sieben haben wir zwei fehlen noch war ich ja schon fast da was auf machst du noch so wir wollen hierher für ordnung sorgen zu weiter das ist schön da eine kommt noch ja jetzt fehlt natürlich die energie ist ganz klar die sollte ja nach plan auch schon da sein das sind wir da ich glaube das passt oder da noch ein schreinermännchen wenn ich mal das ressourcen zeug dafür habe nah und brauche ich trotzdem irgendwie bei gelegenheit und das energie hängt alles zusammen blöde aufbau strategie simulation bist ich frage davon wo nachher die ganzen schwer bekommen werden oben unten mitte unten also aus dem wasser wahrscheinlich nicht da bin ich relativ sicher sonst ist alles offen du mein lieber macht man von hier kannst da die patrouille du hast auch von da muss eigentlich aber machen wir einfach so spaß an der freude steht dir noch ein und nach unten sicher ist sicher ich kann nicht viel machen mit dem geld und mit allem wobei jetzt geht es wieder unter welches kommt jetzt die nahrung her das fehlt doch immer an nahrung ich habe auch nichts mit nahrung gebaut bin ich der meinung naja soll mir recht sein und wir auch noch ein bisschen weiter kommen würde ich sagen ich wollte noch mal holz haben weil holz zu dich dran blöde müde schon wieder ich habe kein gutes händchen mit den mühlen heute wie es aussieht hier ist du dich an dem anderen dran ist klar das habe ich kommen sehen und passt das auch noch hin so dass wir hier 14 hier sind 16 mit bonus beides also haben wir es dann fertig haben wir schon mal eine 50 produktion holz das ist eine ganze menge es soll mir völlig ausreichend anfangen weil ich schon leichter overkill sich ein bisschen fürchten muss da eher miese zu machen hast du auch ärgerlich da passt du ja nicht richtig rein jetzt 25 mal hier nochmal ein lager drüber das gibt hier wundermäßig viel zeug also komm das sieht doch nicht dass da jetzt zombies lang kommen großartig an der stelle das ist schön das ist schön ich mag train zu meinen stations ich kann es natürlich hier hin bauen 20 dann da ein 18 oder ich nehme die 25 aber dann ist klar ich baue die einzelne wieder der einzige nachteil bei der methode ist halt dass du natürlich dann mehr energie hast und so weiter und ein bisschen unterhaltskosten aber natürlich deutlich mehr nahrung ich glaube einfach ich werde hier eine menge nahrung brauchen hab so das gefühl ich kann es gar nicht recht erklären so Hummels ersten farm und mal die frage ich habe jetzt 200 leute ich kann meinen markplatz theoretisch auch schon bauen die frage ist aber auch wohin damit genau aber er scheint wohl essentiell wichtig zu sein wenn ich hier wahrscheinlich wenig nahrung bekomme aber ich denke ich fange mit der farm an wenn ich hier direkt mal ausbauen kann das ganze also was heißt ausbauen geht ja auch gar nicht über die nächsten hüten aber ist ja egal kommt dann ja auch schafft die eine glaube ich ja da durchaus das war ein läufer unterwegs jetzt erst da na gut und dass ich mal frei es war zu erwarten dass da nicht ende ist heißt von da kommt potenziell die schwärme mit großer wahrscheinlichkeit und dabei sowieso nicht hinbauen also was soll's also nicht nicht mit sinnigen sachen ja noch ein lager warum nicht immer mehr holz ich brauche tatsächlich noch mal eine lage oben wenn ich hier so durch die farben da die ich hinbauen will an oder schützen will hat jetzt gerade die beiden gar nicht im bereich aber reicht ja völlig aus hier meine mauer zu ziehen hier meine mauer zu ziehen wo es ende ist noch nicht meinen türmen zu stellen es reicht also die schocktürme macht echt alles weg da brauche ich tatsächlich nicht so mega viel platz naja du bist doch gut ich weiß bevor ich ewig nichts mache ich habe geld und holz also was soll der geiz ist am besten wäre es bei dem markt passieren zu bauen was ich heißt reißt wahrscheinlich heute wieder ab und wollen dann dahin um da möglichst viel noch rauszuholen ich kann es doch nicht sicher sagen weil es wird es wahrscheinlich werden doch ich bin ziemlich sicher dass ich das so machen werde dürfte das sinnvollste in der stelle hier sein ja gut hier war auch ein toller ort fehlt mir ein komisch ob der zugebaut ist immerhin zu dem das kann ich mir die radarschatz noch nicht mehr holen heldenhaft ich brauche sie auch nicht aber heldenhaft so ich würde sagen erst die hütte dann den markt wobei erst den markt weil ich habe schnauzers rüber ist sich verkaufen kann was den geld eingeht ich habe hier abreißen hier nur dann besser koordinieren nicht auch zu den falschen da haben wir das so rum erst weißt du was soll ich auch mit laufen du genauso ja ja 1 oder 2 kann ich sehen das ist nicht viel schaffen wir schon jetzt habe ich ziemlich alles was ich brauche nur keinen platz der ist so ein bisschen ja 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 endlich Zeit hier und noch eine dann habe ich hier würde ich sagen das habe ich da eine ganze menge unten das sollte reichen für einiges anfangs kader mit den vier leuten das ist ausreichend dazu sinnlos ich kann ich wirklich was machen weil ich so viele sachen habe ich habe schon mal ein bisschen energie sorgen theoretisch ein angst wieder als verbaut aber heißt es hat einfach die gefahr der sache das ist dann so ich kann mich an da oben das nervt mich auch wieder dahin bauen da ich mich noch bei oben hin bauen dafür hilft nix kenne ich schlimmeres aber es trotzdem bisschen blöde egal dass dieses die häuser dann mal gucken was genau eine radios ich wird markt aber da ich glaube der markt gerade ist es doch ziemlich groß tatsächlich das schätze ich jedes mal da muss ich etwas aus ich habe es waren drei mal drei gebäude auch das wecke ich mir einfach nicht da hätte ich hier sechs abreißen müssen um ihn da reinzubauen auch ein bisschen ärgerlich aber ja drei mal drei und was gar nicht so ein großer radios wie ich dachte okay das zum unterschätzen ich habe ihn überschätzt dann brauche ich den dahin weil hier glaube ich das karte ich weiß gerade nicht ob da ende ende ist ich glaube sie auch offen ist wieder oben wenn ja wärst du dahin zu bauen dann lasst du das was frei hier um der entsprechende verteidigung an verteidigungsanlagen zu bauen und aber jetzt jedenfalls so zu machen hier hin zu bauen das ganze gleich könnte dann ein paar mitnehmen das ganze bisschen sinnvoller ausrichten können aber das habe ich halt nicht geplant am anfang das ist so eine sache die weiß man besser war das spielfeuer wenn man die karte kennt wenn man sich das mehr plan machen so weil das habe ich jetzt nicht getan aber ich habe das geld und dann reise ich kurz was ab und macht ein bisschen besser neu hast du mich ein haus mehr hin ich glaube ich habe ich eins mehr als vorher eins ist weniger sind fünf weniger als vorher nicht sechs aber ich habe was da brauchst gewonnen das ist in ordnung ich habe schon noch eh nie machen können ist egal ist kein idealer bau das ganze aber es ist okay ich kann mir auch schon solche wohl eigentlich oder kommt sollen dass ich habe ja ja keine arbeit aktuell aber ich habe den rest stellung halten bei allemal hier ich musste mal gucken und so das darf jeden fall ich glaube ich kann ich auch machen problem ist man jetzt ist ja auch keins ein feld was sie der farben wegnehmen also zack zack läuft weil ist der brauche ich wahrscheinlich ja nicht ich finde sie echt nicht so gut über liste habe ich am geld orientiert dabei und wirken würde sie nicht nehmen die liste ich würde sie wieder rausnehmen wollen aber es geht ja jetzt nicht mehr du hast alles auch nicht rein wollen kann habe ich reingebaut höchstens da oben noch ein oder zwei einer noch der rest ist besetzt da genug da noch einer passt zwar kein holztyp mehr rein aber das ist nicht so schlimm hat ja genug holz und ich kann überall hier also das ist nicht das problem so da unten wäre theoretisch die option aber praktisch passt da keiner hin doch das war es jetzt muss ich nur aufrüsten ich könnte natürlich auch nicht wirklich nein nein das ist wie es ist es geht nicht das wollte das nach oben versetzt das ganze wegen den schiener noch ein hinbauen was ist wegen dem da nicht möglich hätte ich hier so lange gebaut und hier so wäre es vielleicht drin gewesen aber die auch sinnig gewesen wegen dem hier vielleicht so ach ist egal jetzt ist es wie es ist die kommt auch klar das sollte jetzt nicht das problem sein alles das reicht eigentlich ich bin halt dicht an grenze gerade das ist natürlich vielleicht ein bisschen heikel auch mal das mit ua noch eine stadt aber hier scheint trotzdem noch dazu zu kommen und hier ist hoffentlich dann schluss und nichts weiter also nichts zu schärmen rauskommen ich bin eng da unten das ganze dahin dahin ich habe wirklich mehr als genug nahrung für alles mögliche das ist super da gebe ich auch gerade ohne hände ich kann jetzt anfangen das zu machen mit dem vielen holz das ich habe das ganze für folge wahnsinn oder nehmt das einfach nie das ausschießen was wir jetzt katastrophal glaube ich brauche ich vier leuten das ist aber nicht weiter alles gut jetzt wo ich brauche mehr holz bauen wir auch noch mehr holzfäller lage er ist ja klar und so langsam immer über ein dann war dieses jahr steinwärts gedanken machen ich glaube ich kann schon mal antiken zum haus anzugreifen da kommt denn nicht so wird alles raus das ist ja dann muss ein kleiner teil an leuten wir stehen bleiben was passiert weiterentwickeln bitte ich habe auch nicht was passiert wenn man sich verkaufen dass die die forschung betrieben habe ich also von vorne erforscht muss doch ich muss ich bauen kann weil wegen der redaktion gerade das überlegen müsste ich immer mal machen jetzt gerade habe ich mir nicht so die muse dazu ich müsste es eigentlich echt mal tun einfach nur aufgrund von forschungszwecken und hier war nicht ganz gut platz für ein bisschen was an bevölkerung rein theoretisch das ding der reichweite tatsächlich eine an so gut angebot gleich gemerkt das wäre nicht gesagt hier im spiel böses spiel naja das haus kaputt wir haben das haus der chance ich glaube es ja nicht krass da kann ich so viel raus an da hier ist was anderes scheiße hier sieht es anders aus aber ich habe so daten vor das wegen der schirmt ja einiges ab das ist sehr praktisch so daten aber die soldaten jawoll die haben es hier zu viel geschafft wo sie gemerkt habe keine ahnung was und die habt ihr probleme das können auch weniger sein man 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 egal das unten hat sich von selbst erledigt nicht total super klasse überraschend merkwürdig und so weiter aber hey läuft ich bin nicht klagen das haus hier nicht mehr leben von dem haus so weit weiter und weg gewesen halbweg okay doch einiges so fliegt da wieder aber das schaffen wir noch neue soldat ich meine ich muss auch dazu sagen ich habe soldaten jetzt per se noch nicht groß ausgebildet also ich habe jetzt noch keine großen boni für die freigeschaltet also jetzt sind sie sich so super mega nützlich wirklich mit snipern ich würde selbst sagen wir sind aktuell noch nicht so viel sniper deswegen aber ich habe es jetzt halt nur deswegen baue ich sie auch so der vorteil natürlich immer sniper ich musste nicht erst erforschen ich kann sie direkt weg bauen wenn ich dann die ressourcen habe also kann sie jemand goldfeuer investieren und die brauchen ja beide klopfen aber auch ein eisener nach die aber auch kommt ihr auch so quatsch also jetzt sagen wir das quatsch die wochen beide das gleiche wenn der nächste tag kommt dann schlechter ein bisschen gewappnet sein ich weiß gar nicht genau bei holzwelle vielleicht bauen demnächst so in diese richtung hier oben denke ich so speziell ja vielleicht ganz sinnvoll ja schon zwei gegner siehst du ein nicht endender strom an bösen fiesen mächten abhochig ist eisen sich gerade also nicht nur eisen sie mit dem sein eisen zum abbauen brauche ich ja auch jetzt in absehbarer zeit für die stetige produktion an soldaten und dann hier mal eine windmühle bauen demnächst aber der große vorteil bei den soldaten ist die noch eine art schutzschule das ist natürlich überhaupt nicht oha das sind ein paar mehr die da kommen wie es aussieht wir hätten das bisschen gold für die nächste mühle und die bauen ruhig mal hier hin weil da kommt sonst weiter nichts denn passt ich glaube ich habe auch weiter nichts hin kommen dann müde dort fertig aus zwei stück reicht ja eine weile aus dann an energie weiterentwickelt angesagt wissen wir dann würde ich auch mal eine mauer hin bauen ganz langsam meine armee wird etwa ein größter effizienter und besser ist ja keine frage von der soldaten natürlich sowieso so machen auf zwei und ich krieg mal die auf drei jägerin nach so ein hierher ich muss euch mal zu 91 machen ich kombiniere das ganz kann man so besser koordinieren das ist ganz gut so okay aber die dann wurde es sind drei mauern hin kennt man ja alles ist ja alles absolut basic schätzungsweise reicht da erstmal eine holzmauer ohne jeden turm und so weiter die erste welle ein bisschen dreiermauer reich das ist eine ganze menge ist vielleicht doch locker aus wenn ich da hinsetze steht noch ein zwei jägerin hin zusätzlich das auch da ich ja noch keinerlei ich bin ich körper der balliste jetzt holen aber jetzt auch käse das halte ich für noch unnötig vier tage bis die erste heute kommt man man noch fünf minuten bis zur ersten auf einer pause heute muss ich auch mal auge behalten das tue ich ja so selten stein märz das lange auch mal eine überlegung wert würde ich sagen schön drauf machen macht ihr ordentlich jawohl da kommt doch ich glaube einer mir aber es auch schon so stark dass die erste will locker aufhalten dürfte jetzt da kommt ja geht so das haus ist weg ohne probleme dass eine menge holz ist das holz oder das gold holz sie immer so ähnlich aus muss immer überlegen was es von beiden ist so war der ist auch weg jetzt und ende eingebäude weniger ist supi da kommen sie gelaufen weil die kommen ja auch zum 1000 raus wenn man die nicht angreift die häuser deswegen kommt ein paar mehr schirm auf einmal los also das ist auch jetzt zu beachten das hat die im griff ne klar hausenreichweite jetzt langsam ja ok danke vertreibt mich wieder so stein mit ist ready to build wohin hier wäre eine option oder hier und die farm kommt dahin lager halt entsprechend auch so hier das heißt ja da ist okay denkt man darf ich nur platz für die verteidigung das ist in ordnung das ist in ordnung das reicht aber ab wo nahrung ich bräuchte bei mir eine farm und so sachen vielleicht aber das hier reicht ja für ein anfang wenn ich jetzt hier baue ich dann auch müsste ja passiert noch eine siege war sägemühle hin sollte kein problem sollen ja dann war das höchste was geht mit 18 fertig aus gut abfahrten und habe echt ehrlich wenn er von ihr erstes stamm kommt dann muss ich hier bis ein ab regeln gleich ich habe noch drei tage und ich habe noch eine menge holz was der zeit dazu kommt würde ich aber so mir ich das unbedingt will und ich kann was kaufen mit marktplatz gar nicht anders geht das ist kein problem ich muss heute entsprechen früh reagieren und ich jetzt auch jetzt ein drücker vielleicht das ganze machen da ist ja die kleine kooks und eine ganze sache richtig naja alles gut danke alle hin ja vom läufer angelaufen das hat die doch zum griffen veteran jahre welche provisorische erste wobei weißt du was ganz kurz gucken was überhaupt so ist ja okay ja da hat man erklärt von da konnten theoretisch auskommen praktisch erwarte ich da nichts dass da was kommt wenn da entsprechend der zug lang fährt denn da ich mal darauf geachtet in keinen mission bisher wo der zug lang fuhr kam aus dieser ecke auch zombies raus ich gehe davon also aus dass das sauber bleiben dürfte ist natürlich diese ist jetzt noch nichts geprüftes aber dürfte eigentlich so sein so wie lange kleine erste provisorische mauer vor den gegnern ist jetzt nichts endgültiges nichts was sie abgerissen werden kann etc pp ich möchte sobald den baum wegen eben diese vorrat da völlig außer frage ihr macht das schon ich glaube da kommt keiner mehr raus dem was nicht viel das haben wir im griff was so schweres muss wenn so ein haus drauf geht das ist mal so schön so und jetzt auch fertig mal steinauern könnte ich mir machen schocktrunk erforsche ich schon mal krieg doch auch mal nicht habe ich vor der ersten welle hinzustellen dann bin ich ja sowieso fein raus egal die wir von davon davon da kommt einer reicht völlig aus dem alles kalt zu machen weil sie so früh im spiel kommt wohl gemerkt später braucht man dann vielleicht schon noch einst du mir apropos ein bisschen holz ja auch nicht verkehrt wieder mal also hauptsächlich einfach sticht angreifend das war viel holz und ja das war es auch schon die zäune halt das ist einfach ein bisschen mehr als man braucht an der ganzen sache sie brauche ich so viel holz überhaupt nicht an ressourcen in kam im späteren spiel was am anfang ist es ganz nett es war noch zu holz hier um die gäste die ganzen häuser bin ich ja auch sehr nett im spiel aber schon ein bisschen knapp nicht hier unten wir kommen zum angriff meine ich bin nicht tot aber die greifen an teilweise so wieder was geschafft brauchen wir nicht ja so sieht es aus jetzt fester oder was hier noch ein soldat was macht er da hast du hier rüber kommen eigentlich zu den leuten die gleiche hinter der mauer patrouillieren sinnvollerweise aber noch brauche ich ja nicht vorlieb soll die welle kommt ja war dann das was kaputt das haus siehst du sie soweit ich habe so ein krasses holz in kam das ist viel zu viel man ist dann doch wieder betrieben war ja klar was tue ich einfach ich neige dazu neue lager der man das jetzt inzwischen einfach auch weil ich hatte so viele ressourcen habe man hier so ein bisschen nahrung ja das war schönste man nahrung findet und energie das ist ja alles wieso herstellbar aber sagt ihr mal nicht regulär herstellt die zu finden ist immer wieder herrlich so lager der müsste jetzt ausreichen jahler weise denke ich diesen bereich hier ab hatte kurz hier so wer gut erwartet gott sich ihre mal eben mit den farmen muss am meisten sich lohnt 52 ist das meiste was geht also so was der mit drin ist und so dass hier wird es einfacher der mit drin ist jetzt nämlich an richtig nach keine energie mehr geld hätte ich sogar noch ich bin ja gut durch ballrad oben energie trotzdem mehr werde ich brauchen früher oder später also immer her damit dabei sind so ein bisschen gold geholt aha gesagt einer gibt sie keine da nicht jetzt mal da wo ihr seid sehr enttäuschend bisher und ich habe immerhin das erste drittel meiner bevölkerung auch erreicht das ist natürlich noch nicht so viel aber naja sind die beiden radios sowie auch ein paar andere leute die sehr gut sind passt das muss der zweite stein mit sich hinbauen wollen würde nicht im radios drin aber auch die jetzt nicht mehr so relevant eigentlich ich brauche trotzdem mal hin denn ich war ja und man hier auch eine stein betonwende haben weil die macht auch extrem viel laut guide hätte ich noch gar nicht ich habe die bisschen früher gebaut weil ich die rest nicht so wirklich fand für mich weil es hat für die höhere schwierigkeit aus schwierigkeitsgrad ausgelegt ist fand so lange gegen hauen westen nach also von hier natürlich nicht ich schätze mal da bekomme ich keinen turm mehr hin bevor die wille kommt aber es ist ja nicht hier oben ist im norden eindeutig ist das hier kommen und das hier gehen wir wohl weg aber haben wir da alles gut anders vielleicht noch da ein hin weil da einer fehlt schickt mit kommende station trotz aber ich kann doch noch einbauen sehr schön die frage war ich direkt ordentlich einfach gar kein trommel erst wenn ich brauche gar keine quatsch dass sie wird keine finale verteidigungslinie sein also weg entspricht dass wir wieder anreißen brauche ich jetzt so was doch gar nicht auch von weit weg kommen die und ganz weg das ist so weit weg dass ich mir rumlaufen und hier dann ankommen wenn es dumm läuft jetzt noch so richtig starke gegner was glaube ich weniger aber bei euch halt noch stein mauern ob du mal mit so spaß und freude sind ja schnell kann man erkunden was da auch was zukommt mein lager ist fertig sehr geil wir bauen sollen hier ist eine schöne stelle für markt und bisschen fahren wenn man so will schön das ist doch mal hier was tolles zum bauen und da kommt der schwamm ja ein oder zwei sinters das locker abgewehrt aber es ist halt der erste schwamm das war klar ob ich das bei raus wenn das ist völlig normal ja ich bin verdammt ballert leute genau schön ballern geht alle rein wer nicht den was verlieren großartig ein bisschen angelockt die leute und ballern hallo ihr dürft dann schaden hier was ist da los aber wie sie ist es trotzdem ich habe jetzt mit den gespielt so aber jetzt haben wir das soweit alle das mit dem guckt mich weiter baue wollen wir gerne hier übergehen die jägerin dürfen ein bisschen aufräumen dann erobert das mit für mich natürlich auch nur sehr wichtiger punkt so hauptsächlich für stadt war nicht klar ich könnte ja paar farben hinbauen aber ja ich meine ich kann auch marktieren bauen hier ein bisschen aufbauen drumherum heute nicht so viele häuser ein paar häusern dann hier wieder ein zerstören hinbauen ginge auch bräuchte doch schon eher wenn ich das überlege schwierig hier macht man das am besten alles gut ja danke der nachfrage ja mal ganz kurz gucken noch ein paar mehr sachen unterwegs da könnte doch was für mich zum mitnehmen sein ein bisschen glück was machst du denn hier ach so das war ich alles gut da da ich bin auch ganz gerne ein bisschen ausbauen liebe leute alles weg voraus ja ein bisschen so was läuft alles da drüben ich habe die sachen die gerade machen können müsste eigentlich aber geht nicht weil ich habe keine was hä jägerin ach da ja geil die hängt fest toll hängt doch eine fest die ganze zeit dann noch geguckt ob da was war so alles wieder weg ich weiß es ist ein unschön aber was willst du machen warum uns hier im markt entkommen das passt schon ja das dort hinkommen das ist okay das reicht machen wir das so lustige holzhütten hütten 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 der da hat geht das so nein geht das nicht so muss der weg teil sinnvoll irgendwie aber es geht halt nicht weil dir dann irgendwie nicht ordentlich einer erreichbar ist fragt mich nicht warte kurz warte kurz hm hm kann da bleiben ist mir egal ich habe dann hier sowas drauf gebaut habe ich dann automatisch bekommen kann ich gar nicht sagen wahrscheinlich nicht er ist dann weg für immer also lieber nicht machen das sieht das schon ganz gut aus gerade sich von dem dinge weil er nicht gebaut ist es ist ein bisschen unpraktisch muss ich ein stück weit raten aber bis dahin ist auf jeden fall gehen das geht auf jeden fall gegner aus da ist nichts mehr an gegnern tatsache genau da natürlich das ist ja wohl unerhört so viele sachen da nicht will die gleich einsam weil alles so viel das ist per se brauche ich ja auch alles gar nicht mehr um mann ja was das schön blöd ihr damit kommen ist hier vorbei oder ist da noch was da ist natürlich noch was jetzt leicht gewesen kopf geht mal ein bisschen spazieren auf eigene faust ich trau euch das einig zu sein bekommt jedoch jetzt das dürfte ja nichts kommen aber dann da die ihr schicker ein bisschen größer ist wie ich gerade sehe bin ich doch das ist skeptisch von hier bekommt bestimmt nichts aber hier ist wie gesagt das ist der punkt wo ich ein bisschen verunsichert aber das war erst hier vielleicht hätte ich mal vernünftig was abbauen 3 plus super 233 ja mehr als ich sonst kriegen würde der einzige haken hat wie gesagt wir jetzt den links in baulage hatte 20 prozent von drei bei 30 würde ich sagen ja bedarf links hoch gehen und bei fünf bestimmt auf einer hoch aber wahrscheinlich sogar so sechs die kommt dann ich spare mir das in der energie was den füllen wir dahin ich auch nicht so extrem viel eisen brauche tatsächlich obwohl ich ja schon einige Leute gebaut haben von der sorte hier aber ich bekomme so guten nachschub ab durch mal zu und durch sachen die hier so rumliegen da habe ich jetzt keine akute not also baue ich da nicht akut irgendetwas weil ich nicht weiter bei der ganzen kolonien da oben kann jetzt auch hier nichts gut dings als vollpflastern mit diesen schönen geräten den mühlen für jeden millimeter den ich da gut planen kann oder nein was ja da ja da es war gerade hier in das ist ich habe keine pause macht sich gerade mit dem spiel ich wollte jetzt eine pause zu machen liebe leute ich mache jetzt eine kurze pause dunkel laufen zockt einfach durch schon 50 büten drüber wir sehen uns gleich wieder nach fünf und pause 20 nach und dann geht es weiter mit der billions in wieder tollen mission bis gleich ne 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 ne